Hallo Leute, ich bin's wieder, der Coach hier. Ja, es geht weiter mit Super Mario Advance. Dieses eklige Spiel, wo ich nicht weiterkommen konnte. Eigentlich hab ich keinen Bock auf dieses Spiel. Scheiß, passt. Ah, ah. Ah, ok, ah, ok. Scheiße, Mann. Ja, ist schon ein guter Anfang für mich. Scheiße. Du, Pussy. Stepp. Ja, ist schon ein sehr guter Anfang für mich, ist klar. Mann. Ja, mach schneller. Seelinder Bastard. Komm her, Bomberman, komm her. Komm her. Boah. Ihr. Okay. Du. Boah, das war knapp. Du. Okay. Du. Oh. Du elender Spast. Ja, ist klar, ich mach's weiter. Wie jetzt? Die elenden Bastarde. Komm her, Shy Guys. Meine Herzen. Meins. Mann. Ich will hier weiterkommen. Kein Bock, hier ganz alt rumzustecken. Ich will hier weiterkommen. Okay. Ja, perfekt. Super. Ey. Du scheiß Bombe, verpiss dich. Keiner braucht dich. Deh, deh, deh. Ey. Okay. Ey, du. Warum wirfst du denn die Ecke damit, du? Du kannst mich mal, du elender Spast. Mann. Bei keinem letzten Jahr bin ich so ausgetickt wie bei diesem Spiel hier. Mann. Ach, fick dich, scheiß Vogel. Wie? Mann. Ich muss mich wieder daran gewinnen, dass du spielen, diese Schließe. Komm her. Wo ist dein Vogel? Komm her. Ja, jetzt auch mal kommen die scheiß Vögel nicht. Aber jetzt auf einmal. Ey. Ihr wollt mich doch... Boah. Du. Ey. Ihr wollt mich doch hier verarschen. Fickt euch. Ich schwöre auf alles. Ey. Leute. Wie seid... Hattet ihr das geschafft? Mann. Ihr nehm Bastarde. Oh, ich bringe ich um. Kommt her. Warte. Wie viel Leben hab ich eigentlich noch? Scheiße. Drei. Ich hab keinen Bock, das so lange durchzumachen. Ach, fick dich. Meins. Okay. Okay. Ihr sagt, nee. Sie darf nicht schreien, weil ich viele Geschwister habe. Meine Mutter würde nur ausdecken. Und ich hab keinen Bock drauf. Deswegen bleib ich nur ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Einfach ganz ruhig bleiben. Dann geht's hier auch. Okay. Ja, es funktioniert irgendwie. Den zweiten hab ich auch. Oh, was machen diese drei Bomben hier, Mann? Was ist los? Ah, der... Scheiße. So, okay. Okay, bitte ein Pil... Ah, ist klar. Ist klar, dass... Mann. Scheiß Bombe, stirb. Lauf, 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 lauf. Runter mit dir. Ey, war das nicht... Ey. Ey. Nein. Nein. Ey, war das nicht diese Scheiße... Oh nein. Muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Ey, ich hab darauf keinen Bock. Das sag ich euch, Leute. Echt keinen Bock drauf. Der hat keinen Bock auf dieses elende Spiel. Stirb. Ey. Fick dich. Ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief, dieses Spiel. Ich will es natürlich schnell durchhaben, aber nein. Die lassen mich ja nicht. Stirb, du fetter Schei-Guy. Nein. Nein. Nein, ihr dürft nicht mal rauskommen. Ey. Ah, geschafft. Hä, was? Hä, was ist das jetzt? Äh, was? Okay. Ey, irgendein Herz muss doch jetzt kommen. Okay, super. Okay. Die hab ich jetzt getötet. So, Männer getötet. Und du, komm her. Dich werde ich benutzen. Du, pfff. Du Spast. Ja, komm jetzt noch eine Bombe. Mann. Okay. Oh, oh, Mann. Ah. Tu mir leid, wenn ich... Tu mir leid, wenn ich komische Geräusche mache, aber so ist dieses schluss Spiel. Man kann nichts anderes machen. Ach, fickt euch, Mann. Ach, fickt dich, ich schwör auf alles. Oh nein, ist... Oh, 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 nicht diese Scheiße, Mann. Ich hab kein... Was? Was? Fick dich. Wartet. Okay, es geht weiter. Seelende Scheiße. Seelende Scheiße. Rägt mich so... Fickt euch. Fickt euch, ihr elenden Spastis. Ey, scheiß auf diese Münzen hier, auf diesen... diesen Level. Das trägt mich nur auf. Ey. Ja, ab sofort, nein. Ich spiele nur dieses Spiel. Ich hab keinen Bock, die Münzen zu holen. Ich weiß, ich hab fast alle, aber trotzdem. Ich hab ihn über die Hälfte, das reicht mir schon. Das ist schon eine Leistung für mich. Und jetzt die restlichen Münzen zu holen, dauert... da würde zu lange dauern. Vielleicht mach ich die auch noch später mal. Aber offline. Da seht ihr mich auch nicht so viel sterben. Fick dich, du irgendeine Schrechtsmünze. Du... Fick dich. Fickt euch, ihr elenden Spastis. Runter. Du dicker Scheigei, komm her. Ey, ey, du... Fick dich, Luigi. Warte, das... Okay, das hab ich jetzt bekommen. Jetzt los. Lauf, Schlampe, lauf. Scheiße. Okay, ich hab' ich geschafft. Du elender Spast. Nee, das hab' ich auch geschafft. Was? Was hab' ich das jetzt gemacht? Okay. Okay, wie soll ich jetzt da durchkommen? Das ist das nächste Problem. Verdammte Scheiß, nochmal. Meins. Ah, ich hab' die eingesperrt. Das ist doch mal geil. Okay. Okay, okay, okay. Super, super, super. Alles läuft besser gut. Ey, das... Das war doch irgendwie klar... Ja. Ihr elender Spastis. Warte. Ja, okay, es geht weiter. Ich muss ja immer gucken, wie viel Mut ich habe. Oh, 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 oh. Warte. Tut mir leid wegen dem MSN-Zeichen da. Es geht weiter. Und, äh, nervt. Uff. Fick dich, du. Ah, Mann. Wie viele Parts will ich noch für dieses Scheiß-Level haben? Ey. Ey, wenn ich jetzt kein Herz... Okay. Ging ja noch. Ging ja noch. Warte, ich muss gucken, wie viel... Okay, noch eine Minute. Super. Ey, du. Okay. Ey, ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Außer fickt euch, ihr elenden Spastis. Mann. Ey, wie wirfst du genau in die Ecke, du Scheiß-Habby-Tag, oder was du da darstellen sollst. Ja, komm, jetzt... Ja, komm, jetzt... Ja, fick dich, ich schuhe auf alles. Warte. Ja, ich muss die Aufnahme beenden. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Ja, ich muss ich noch mal in die Ecke, du hast. Na gleich. пер Vielen Dank.